Hey, Willkommen zurück zu Intuition 2, zur nächsten Annahme Session. Ja, beim letzten Mal haben wir eine kurze Folge gemacht, und zwar ein kurzes Level Shatter Slide hieß das Ganze. Dann mit dem Trümmerstück sind wir durch den Schnee gefahren und haben da diese Würmer unter anderem erledigt, wie ihr jetzt sehen könnt. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Level, und zwar Level 5, Metal Complex. Das spielen wir jetzt. Würde ich mal sagen, ja, wir legen direkt los und lassen und reden nicht weiter rum. Also los geht's. Was für ein Auftakt, haha. Super. High-Difficulty Unlocked. Einmal hin. Ah, braue ich nicht. Braue ich, braue ich, braue ich auch nicht. Aber das kann ich gebrauchen. Ja, das ist gut. Ein Fischer. Ah. Hilfe. So. Ok. Wow. Gehen wir weg. Oh, die sind wir unten eigentlich. Oh, die sind wir unten eigentlich. Ok. Ok. Oh, die sind wir unten. Oh, das ist gut. Was zu daten in der Diense. Weck doll. Was ist das denn? Wir haben zerteilt. teilt habe ihn zerteilt und das sind habe ihn zerteilt was für geschichten jetzt sind dafür geschichten unglaublich habe einfach zerteilt und gefährlich was du hier machst ja 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 mit FAMDIN glaube ich so, ich krieg diese scheiße Idee aber hey oh ha geht doch haha ja ja ähm naja ich wollte mal den haben ja nice supplies, danke gut und die Leiche, ach so also ja ja komm her so so auch zu den Fissen lecker haa nein komm ich hier nicht hoch komm ich hier nicht hoch verdammt das war ja doof der grillt der grillt guck mal her haa ja 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 ok was wird das denn hier also geht doch ja ja waffen wechseln waffen wechseln hier geht doch auch oder nicht oder nicht das hat mich so getroffen wenn ich mich nicht wieder zu gut machen hier alles ne so nicht also ah kann man den irgendwie treffen mit dem blaster ja ja so und auch verfüttert und erledigt so also geht doch einmal erwischt Granatenwerfer ah ja man muss ganz ganz neues hier uh was war das denn das tat das nun weh nein kann ich selbst hier reingeworfen mehr ja so holen wir mal der ist auch noch die Waffe ist weg leider da ist ja das haben wir nicht mehr können wir nicht mehr nehmen die ist voll die ist voll dann müssen wir mal die mit der mal schießen so siehts aus ok naja da war doch was ne da war doch was ne krieg den jetzt wieder raus krieg den jetzt wieder raus krieg den jetzt nicht raus glaube ich ne ne geht nicht na gut dann halt nicht dann nehme ich halt den schön zu den fischen schön zu den fischen bringt schön punkte glaube ich extra punkte wenn man die verfüttert oder so irgendwie in der richtung ja hat er wunderbar hingehauen so ok was kommt denn da was ist das denn dann bin viel Kampanzug oder sowas ja ist das richtig er kam nicht mehr dazu wenn ich aufhör füttern ja so ich hätte ja aufgespießt was man lehnt ja aber macht noch einer ja ja oh oh da sind gerade Waffen weggeflogen ich heiße weck mit der hier dann bringt aber auch nichts so den Kampanzug kann man glaube ich nicht verfüttern so der nächste kommt mir nicht weg so so kann es gehen ha ha naja ach du einer ne ich so will das nix komm schon naja du huuuh lebt Energie lebt Energie ja lebt Energie hm ok mach ich jetzt hier hab keine Ahnung weg damit also so geht das doch so geht das doch oh hier geht das durchkämpfen huah komm her haben mich doch getroffen hm scheiße komm ich nicht dran blöd oh ach ich bin direkt reingesprungen wie doof lebt 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 Dankeschön. Ja. Na ja. Also geht doch. Achso, ich muss aber ja mal den wegräumen. Dankeschön. So, mal gucken, was können wir noch für eine Waffe nehmen. Ja, vorn. Die Munition. Kann ich nicht mit. Der zieht den hoch. Hä? Verdammt. Wie geht das denn nicht mehr? Oh, wie geht das nicht? Oh, komm her. Also. Wir müssen Platz schaffen. Ja. Von mir geht das wieder nicht wegen diesem Ding da. Ach Gott. Also. Jetzt aber. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Also. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's doch. Ich war gar nicht so schwer. Meine Güte. Oh, direkt reingesprungen. Mann. Wieso kommt der denn her? Alter, wo kommt der denn jetzt wieder her? Oh, jetzt sind wir noch da oben. Ey. Er hat mich wieder getroffen. Gibt's doch nicht. Ha, 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 ha. Na also. Na ja. Ah, mal drauf hieß. Drauf hieß noch dieses Vieh hier. Na ja. Ja, das war klar. Das war jetzt schlecht. Haben wir ihn jetzt erwischt. Glücklicherweise. So. Das ist jetzt für alle. Er ist voll, meine ich. Hier müssen wir mal den nehmen. Irgendwas geöffnet. Die Tür ist zu. Dann müssen wir jetzt hier durch. Oh, Alter. Ja. 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 Komm, meine Juki. Oh, was haben wir hier? Oh. Na ja eigentlich. Haha. Ja, super. Super. Super, super. Alter. Fett ist ein Narre. Uff. So. Oh, nur so einer. Ah. Nee, der kommt noch nicht durch. Ja, beide explodiert. Ha. So geht es natürlich auch. Ich komme mir auch selbst nicht mehr durch hier. Irgendwo ist da noch ne Waffe. Da ist er doch, da. Danke. Ja, ein sehr merkwürdiges Level hier. Wir werden mal hochbegeben. Mal schauen, wo wir hier landen. Was ist hier oben? Das Gefühl, da kommt was großes. Irgendwas laufen wir weg. Ach, ist wieder so ein Vieh. Na ja. So einer ist das. Mal gleich erwischt. Das war jetzt ziemlich blöde. Aber hey. Wann der den Kopf weggeschossen? Na, konnte er nichts mehr machen. Ja, ist immer noch ein Beschäftiger unten. Ja, komm nur her, wenn du das kannst. Aber kann er nicht? Zu doof. Ja. Na ja. Wo soll man das eigentlich gemacht da unten jetzt? Ich weiß es nicht. Na ja, hier haben wir ein paar Punkte gesammelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. 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 Wir haben am Ende des Levels angekommen. Kann das sein? Ja. Wir sind am Ende des Levels angekommen. Das war's. Daher mit dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an diesem Level. Auch wenn wir kurz hängen geblieben sind bei diesem Kampf gegen diese Roboter. Ja. Auf jeden Fall, wir haben es hingekriegt. Und damit, ja. Denken natürlich wieder an das Feedback, an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.